Das wird wohl die Schöne sein. Hey Mädchen! Was befehlen Sie? Warum so traurig? Mein unglückliches Schicksal! Ich verstehe. Du bist verliebt und wahrscheinlich in den Herrn Podesta. Oh, bitte verschonen Sie mich! Ich bin ein ehrbares Mädchen. Was soll das heißen? Bedenke, dass du mit Fräulein Arminde sprichst. Mit der Braut des Grafen Belfiore. Was sagen Sie? Belfiore, ihr Bräutigam? Ja, ja. Was hast du? Du wirst ganz blass. Ich weiß nicht. Schmerz überfällt mich auf einmal. Er drückt mir aufs Herz. Ich werde... Das arme Mädchen! Hey, zu Hilfe! Ist niemand da? Was gibt's? Hier bin ich. Hier, liebster Graf. Stehen Sie diesem armen Mädchen bei. Ich hole Hilfe.